Mehlsystem geworfen gerade wieder Aber irgendwas muss ja unter denen sein, da hinten bei den Blöcken, wo die ganzen Blöcken waren, weißt du? Da ist auch viel Elektrum Und da will ich gerade mal hinten buddeln Okay Wenn da ein Spawner ist, den will ich auf jeden Fall wegreißen Bin feuersicher Okay Irgendwas buggt hier rum Irgendwas buggt hier rum, lol Was denn? Du bugst, machst Backe Backe Kuchen? Irgendwas buggt hier in diesen Obsidian rum Nein Tot? Nein Ganz knapp Fast tot, okay Blaze mich wieder runter kickt, dann ja Ich snap grad Wow, ihr Mistviecher Ach, das war ein Gas-Spawner Ja Er ist schon mal tot Essingspack gegen Mistspinn Nimm mich hier runter, die verfluchten Fickviecher Das sagst du nicht Geh mir einfach auf den Sack Hi Blaze Ja, diese Brücke, die hier doch ist, ne? Mhm Da sind auch diese Bricks, seh ich grad Diese grünen Dinger Jaja Wer hat mich denn hier schon mal runter gekickt eben? Wo sind denn der Spawner denn da für hinter? Soll ich von der Brücke den Spawner weg machen? Ja, mach ruhig weg Wir kriegen auch so blazes, also Ist nicht das Problem Kaum gigabot Shit Ihr habt nerven nicht Okay, ich hab jetzt keine Noch eine Spitzkabine Die sind nämlich die ganzen Bricks noch Das, womit ich mich hier hoch gebaut hab Beim letzten Mal Hier sind die Roten Hier sind die Roten Nicht sterben So, eine verkönnerieren Der nervenvoll Was denn hier? Warum kann man hier drauf laufen? Irgendwas drin I don't know Genau War das nix? Ne, da gehst du noch abwärts Okay Aber überall spawnen Auf jeden Fall spawnen müssen sie ja noch hier Ja, ein paar Spawner stehen ja auch noch Oh Oh Zack Ne, ich muss hoch Oder ich muss mich noch einmal hier hin Und so Wie lange geht denn der Fick noch? 2,27 Schauen wir noch einmal hier rum Zack Schauen wir mal hier rum Haben wir hier noch irgendwas? Okay, hier riechda Nee Tütütütütütütütütütütütütütütk Und da irgendwas? Toot. Weiß ja nie. 15 Level ist schon wieder okay, die können wir gleich wieder verbraten. Witzig. Na ja, tue ich gleich wieder ins Barrel rein. Oh, da höre ich schon die ersten Feuerschläge wieder. Brrbrrbrrbrrbrrbrrbrr Aua. Ich hab aber genau einer getroffen, genau durch so'n scheiß Loch. Okay. Ja, super, würde ich sagen, ne? Hehehe. Schein Checker. Muss einfach irgendwie hochbuddeln. Ja, mach doch. Mach du nicht Bogen, bitte, danke. Pick man da unten. Aua, auch diese kleinen Spinnen, die du gar nicht siehst, weil sie die so groß wie so'n Cornerblock. Das sind die nervigsten. Musst du mir nicht erzählen. Die kickt mich doch auch. Halt's Maul. Oh, wie hoch ist das? Alter, wie hoch denn noch? Okay. Hier ist nix drin. Also erstmal hochbuddeln. Mhm. Ich will nicht gekickt werden, weil dann bin ich tot. Oh, ho, ho, ho. Ja. Stack, stack, stack. Tschüss Spinne. Da mach ich nämlich jetzt die... Wandel ich alles um, was ich gefunden habe, mach das alles kalt und dann... Ja, mach mal. Willst du dich ein bisschen austoben. Oh, spinne. Oh, Trank ist ja eh abgelaufen. Wir waren lang genug in der Nähe, dass hier paar... Schweine im Ding sind. Jetzt werden die erstmal getötet. Tschüss. Ist ne einfache Wetstone Schaltung. Ich hab gesagt, bist du gemein. Ja, und ich sag immer, ist ne einfache Wetstone Schaltung. Und ich sag, du bist gemein. Ich bin nicht gemein. Ich bin sozial zu den Tieren. Also soziales Arschloch. Warten wir den... Achso, ist der Chisel draußen oder ist der im ME? Im ME-System drin. Okay, da sind auch die Wetstone Blöcke. Jaja. Okay, da muss ich mal eben den... Bisschen wegpacken. Warte mal, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Okay. Das kann jetzt im ME... Das kann jetzt im ME... Mal eben volllaufen lassen. Hm... Ist hier noch irgendwas? Seinbar nicht. Nein. Braue ich nicht, 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 braue ich nicht. Ach, Schisel. Da. Was, 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 was? Schiesel! Und Wetstone Blöcke, hat er gesagt, sind auch hier drinne. Redstone, Redstone Blöcke... Oh, ist er weg. Nehmen wir erstmal noch paar Stacks raus. Ach. Ich wundere mich schon, was mich hier die ganze Zeit wieder attackiert. Kleine verfickte Minispinne, die nervt. Boah, ey. Dreckssicher. Hä? Jetzt ist doch ein Blecker da. Okay, die hab ich alle jetzt draußen. Und das Spinauke kann auch noch da rein. Und auf Aus. Und zuerst mal Gyschiesold. Instone braucht man nicht mehr, ne? Ne. Ach, das ist Wolle. Sieht ihr an. Was war hier drin? Meer. Ja. Aber ich grab hier mal um. Und vielleicht ist hier ja noch irgendwas versteckt. Ja. Ich glaube, außer dass hier Netherwarts mit einmal unter aufgetaucht sind. War schon extra so. Ja. Das ist fertig geschieselt. Fertig gepieselt. Das kommt weg. Das kommt weg. Der. 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 jetzt haben wir auch noch ein stack hopp what's done haben wir? ok jedenfalls liebes mich wie ster ein shadow haben wir ah ja diese sanguine war hier ja stimmt ja das war das ja so haben wir die glöcke haben wir nämlich auch schon sag denn eins noch was boah du hässlige misspinne dein geh gleich am rad rad rrrt an welchem rad? am glücksrad? was? tschüss monster bäh hat der eiskalt einfach difficulty null gemacht eiskalt wir werden die mir auf den sack gehen grad auch jetzt hab ich noch da hab ich gern bock das jetzt zu chisseln einfach rein damit Da wär eh bald Bei diesem Projekt ist das doch langsam egal Okay, was ist das? Meinst du nicht? Ich stell das nicht Die jetzt an sind oder so Der Rest sind jetzt so noch gequässte und so Ja, aber langsam nerven hier unten grad Deswegen Besonders die scheiß Mini-Spin Wet's down, so wet's down Äh Ich stell doch Steel Anglid Hat man im Buch auch schon Was bräuchte er für einen Magma-Crucibil Hier hab ich doch einen Magma-Crucibil, ja Aber ich glaub wir müssen trotzdem In den Nether Warum? Weil da einige Ärzte gibt's, die wir hier nicht kriegen Werden Wovon ich hoffenweise das schon gesehen hab Okay Ja War ich nicht Äh, okay Warte Okay, das war ich auch nicht Keine Ahnung was Flüssiges Aroma So pump mir eben rein Die Kacke Ist auch nix mehr möglich Die müssten wir echt nicht